Was vielleicht ein bisschen nicht auf Deppert, nicht so wie Immortals auf dem Venue, nicht so auf, was sagst du, Alter, wen wollt's denn hier forschen? Okay, die wollen mich definitiv arschen. Die wollen mich definitiv arschen, Digger. Viel zu früh. Fick dich. Aber... Oh ja, genau, mach die Wirbel, eh klar, super. Das Einzige, was du drauf hast, Alter, ist der Hurenzwirbel, Alter. Sonst hast du gar nix drauf. Fick dich. Fick dich. Fick dich einfach nur. Fick dich einfach nur. Ja, wenn du ihn wenigstens treffen könntest, du triffst ja gar nichts, Alter. Du stehst dann eben da und trifft nicht. Das ist so traurig. Wieder Wirbel, wieder Wirbel. Ja, 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 ich habe genau gewusst gehabt, Alter. Das ist so ein Arschloch mit dem scheiß Wirbel. Das ist so ein Arschloch. Ich werde so wie die Scheiße aufgewertet, wenn du eh nicht kriegst. Die Peitsche ist jetzt definitiv besser als wie vorher, meiner Meinung nach. Du musst halt nur ein bisschen aufpassen, finde ich. Sonst geht die voll klar. Die geht voll klar. Meiner Meinung nach geht es die Peitsche. Besser als wie vorher. Definitiv besser als wie vorher. Aufpassen. Was? Heilung, Heilung, Heilung. Dann ist es wieder nicht weg. Super. Mhm. Mhm. Oh, schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Aufpassen. Ja. Jetzt sind wir wieder in den Rhythmus. Ja, genau. Und dann macht er nicht weiter. Das ist ein Arsch. Macht er auch von nicht weiter. Es ist ein Arschloch. Ah, Wahnsinn. Ah, Wahnsinn. Wieder Wirbel. Alles okay. Wirbel ist in Ordnung. Definitiv. Oh, gut gemacht. Ja, ja. Oh, den ich muss sagen. Der ist eh gleich hier normalerweise. Ja, denke ich mir. Und jetzt gibt er noch einen gescheiten. Tschüss. Und weg ist er. Oh, wir haben ihn jetzt so ein Arschloch. Und jetzt sind wir jetzt wieder hier rumspielen, Alter. Ist ja gleich hier der Hund. Das wäre Wahnsinn. Spürt ihr und spürt ihr und spürt ihr. Ich habe ihn auf den Mauer gehabt, Alter. Legt mich am Arsch. Wie ich ihn plötzlich da gesehen habe. Alter, ist auch Wahnsinn. Das kann aber lustig werden. Wenn ich das jetzt zum ersten Mal mache. In dem Bereich. Wow, Alter. Das ist jetzt aber ein Fünfer, gell? Du lustiger, du. Das wird sie nicht ausgehen. Oh, doch. Ich möchte doch nicht, dass sie das jetzt ausgeht. Normalerweise wird er klar rot. Normalerweise wird er klar rot. Er ist auf dem Haver, oder? Er muss da... Na ja, hätte ich besser aufpassen müssen. Das wird jetzt nichts mehr. Das wird jetzt nichts mehr. Mach ich das lieber von euch. Okay, so einen Fünfer Haverer. Biste, oder? Na gut, let's go. Wir sind glaube ich die Elite Haverer, oder? Kann das sein? Alter. Alter. Schleicht dich da mit den Huren-Slazer. Ist ja Wahnsinn, Alter. Ist ja ein Verbrecher, der Huren-Slazer, Alter. Wüsste etwas. Alter, das ist ja echt ein Verbrecher. Äh. 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 Jetzt. Jetzt richtig, richtig schön gegeben. Whist-deppert. Whist-deppert. Auf ganz, ganz sexy angelehnt. Auf ganz, ganz sexy. Jetzt hast du schon wieder so einen Blödsinn da am Start. Gibt es ja nicht. Weg aber. Sicher zu überwegen. Jetzt kommt es schon wieder mit einem depperten Laser daher. Das ist ja echt der Wahnsinn mit dem. Echt der Wahnsinn mit dem. Ich das mal mit seinem depperten Laser. Unsympathisch abzuhändert. Scheiß Gegner da. Ah, schon wieder die Hurtzbugel. Ich würde ja wenigstens gerne auf irgendwer an dessen schießen können. Oder irgendwo so. So bogenmäßig oder irgendwo so. Wenn ich eh schon brav ausweiche, dass ich trotzdem auf mich hinbrachen kann. Ja, wie sollten sie benutzen? Ich kann einen Scheißdruck gar nicht benutzen, wenn ich jedes Mal so deppertes Kugel oder so ein Laser da aktiviert. Das ist lustig. Das hätte ich mir jetzt gerne angeschaut, wie er das gemacht hat. Schon wieder seine Spezialfähigkeit. Aber seine Spezialfähigkeit macht er echt, echt zurecht oft. Das muss ich schon sagen. Das muss ich ihm lassen. Die macht er sehr oft. Da ist er brav. Da ist er echt brav. Ich kann mich echt durchsgegangen sagen. Ich weiß nicht, wieso ich jetzt plötzlich die Patsche mache. Kann ich dir jetzt echt nicht sagen. Wird wenigstens so geil, wenn er da bei Meier gegangen wäre. Okay, kann ich vergessen. Kann ich vergessen. Ich habe einen Tag gehabt, ob du keinen Batsch hast. Ob du mich gleich bei Schuhe oder irgendwas nackt. Kann ich vergessen. Schön einmal die Scheiß-Fresse. Jetzt weg. Ich bin hier wieder hier auf unentspannt, Turino. Bam, bam, bam. Oh, Spezialfähigkeit. Ja, nein. Ja, wir haben ihn. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Wird schon langsam, wird schon langsam. Aber trotzdem, ey, diese stepperte Abwehren mag ich überhaupt nicht. Nein. Aber hätte ich mir jetzt neuer Tag gehabt, aber den haben wir eigentlich hier relativ gut gegeben. Au, das klingt aber auch gar nicht mehr so ohne. Klingt auch nicht schlecht. Muss ich schon sagen. Passt, wir machen jetzt nur das... Was setze ich jetzt eigentlich... Boah, nix. Mal schauen, was ich jetzt aber nochmal... Okay. Es hätte wieder sein können, dass ich irgendwas wieder aufheben muss. Oder irgendwas in der Richtung. Aha, da hätte ich irgendwie wieder die Statue. Passt. Ich muss trotzdem schauen, dass ich da irgendwo das so raufbekomme. Das ist mal wichtig. Das ist jetzt mal ganz, ganz wichtig. Ob das eine oder andere einsammeln. Mhm. Ah, sehr gut. Ich habe gesagt, da gibt es noch was. Hm, 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 hm. Die Macht des Gauntlets muss erst wachsen mit den Splittern. Ich sage nichts dazu. Ich bin brennhaass, aber ich sage sicher jetzt aber nichts dazu mit den. Ich muss dir noch den ein oder anderen Splitter einfangen. Nein, naja, da kannst du mir sonst wo anlutschen, gell, mit den depperten Splittern da. Jetzt bist du schon so am Arsch mit den depperten Splittern. Der Gauntlet ist nicht stark genug. Alter. Wie oft soll ich den Haverer da noch aufzutun? Oh, da habe ich die Kisten. Richtig. Mhm. Es gibt ja einiges zum Sammeln. Hm, wenn ich da nochmal entlang gehe. Schnell, Haverer, schnell. Schnell, 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 schnell. Aber aufpassen, wo wir jetzt wieder hin müssen, gell. Aha, sollte ich gehen. Ja. Ja, ja, ja. Wichtig und richtig. Sehr gut. Passt. Soll ich jetzt nur die Frage vorbringen? Wow, der geht jetzt schon wieder rot. Ich stehe vor deinem Flugzeug. Bam, bam, bam. Noch was. Sehr schön. Dort gab es eine Art Fossil, das fast kristallin war. Vielleicht könnte es dem Gauntlet Kraft geben. Diese Frau. So leer. Sie weiß mehr. Aber was hat sie hier unten gemacht? Allein? Ich traue ihr nicht. Aber ich muss zurück in die Wildlande. Sie muss über die Kristalle wachen. Ich frage mich jetzt eher so, wo ist meine Kiste. Wo ist da jetzt meine versprochene Kiste? Jetzt bin ich da extra runtergekauft. Für etwas, was ich eigentlich im Prinzip auch mir selber hätte zeigen können. Aha. 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 Okay. Okay. Passt. Cool. Cool. Ich habe mich gefreut. Ich habe da von neuen Kisten ein bisschen Money, Money, Money. Und dann kommt es mir so gedeppert daher. Ist ja ein Witz. Nein, da muss ich auch eine Öztung. Nein, da muss ich irgendwas für ein Gauntlet. Nein, da muss ich einen Splitter. Ich habe selbst einen Splitter jetzt verschenken können. Nein, nichts. Boah, boah, boah. Einfach drauf geschissen. Einfach beinah drauf geschissen. Das ist sowieso eine Frechheit. Dass ich das auch nicht auch verdun kann. Nein, nein. Frag mich besser nicht. Ja, gefressen. Ich bin schon wieder auf den Scheißdruck. Gibt es ja nicht. Nein. Gibt es jetzt dann eh einmal die eine Kiste, wo es gemeint worden ist? Nein. Mit ein bissl, hey, 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 Chefe. Chefe, hey, hey, hey. Mit ein bissl an Arlauf gefälligst, gell. Gibt es wenigstens was zum Sammeln? Burle. Gibt es was zum Sammeln? Aufpassen. Ganz, ganz gefährlich. Spiele ich auch nicht. Ich glaube, das war dann die eine in den Inquests, oder? Kann das sein? Muss ich jetzt da noch liefern? Achso, nein. Einfach nur Artefakte gesammelt und schießpapa. Das Frontlet ist noch nicht stark genug, um das zu zerstören. Aha. Aber gut zu wissen. Gut zu wissen, dass wir den wahrscheinlich dann so dermaßen upgraden können dann später. Vielleicht müssen wir eh dann nochmal hierher. Kann alles relativ gut möglich sein, dass man dann in der Hinsicht so ein fettes Upgrade daherkriegt. Dass das sogar rote Sachen irgendwie zerstören oder aufwerten kann. Oder irgendwas. Ist das am Boden? Schon wieder Würmchen? Nein. Nein. Noch nicht. Mhm. Wo bist du jetzt? Das ist der Einzige. Aha. Was war das? Das war's? Nein, 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 nein. Gibt es ja noch was? Schau dir den Hover an. Nein, nein, nein. Er spielt noch mit uns. Komm raus, da geschissener. Er spielt sich da, das ist ein Witz. Äh, äh, nein, nein, ja, 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 ja. Warte. Woh, 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 woh. Woh, woh, woh. Woh, 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 woh. Woh, woh, woh. Woh, woh! Hihiiii! Geht's ja aus, geht's ja aus, geht's ja aus, geht's ja aus! Kann zu normalisieren und ein paar Stunden handeln, aber passt schon. OLDER! Das ist ein Blödsinn, Alter! Biss deppert! Aber geil! Ich bin wenigstens weiter hochgekommen, immerhin. Immerhin etwas. Und schieß genau, das sehe ich ja! Biss dich! Was soll das denn machen? Ja! Explosion, du musst jetzt auch Explosion und legst mir nicht das! Passt! Find ich so ranzig, halt, wenn die immer sagen, okay, passt ich mach so eine Explosion, dann noch hinterher, weisst? Wenn, wenn ich ihn nicht besiegt hätte, hätte ich's verstanden. Aber nein, im Nachhinein! Im Nachhinein, wo ich noch in der Luft bin. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein! Das geht nicht! Das geht überhaupt nicht! Was ist das, kann ich ja nicht auf der Turn? Der tut mir wieder so, wie wäre er gar nicht anwesend. Komischerweise der Hurensgegner da. Keine Ahnung, was der für Erlebt man hat. Schon wieder 100.000 Gegner, super. Ich schlag mich einfach dumm herum. Wo ist das? Gibt so eine Pflanze, die wir eh schon gesehen hatten. Irgendwas in dem Dreh. Jetzt bin ich aber gespannt. Zeig mir her, Schütte. Was ist denn da jetzt schon wieder? Ich hatte recht. Soleha weiss von dem Gauntlet. Aber sie weiss nur, dass es ihn gibt und nicht wie er funktioniert. Ist das die Königin? Anscheinend. Vor ihrer tausendjährigen Herrschaft. Vor ihrer Verführung durch Telos. Sie hatte eine Familie. Alles hat einen Anfang. Die Gärte der alten Zeit den Rücken. Und wählte Telos. Statt dieser Familie. Statt ihres Volkes. Ich wollte schon sagen, kann man es kaputt machen. So. Hauen wir sie wieder raus. Hauen wir sie gleich zu denen zu. Und bekämpfen wir sie gleich. Ich glaub aber, dass da ein spezieller Haarer sein wird. Was ist das? Was ist das? Was war das? Hä? Was war das jetzt bitte für einen Scheißdreck? Hauptsache die Erde bebt oder wie? Aha. Aha. Hauptsache es bebt alles. Das ist wieder wichtig. Das ist wieder wichtig. Das Hauptsache wieder alles bebt. Das kann ich nicht machen. Da ist anscheinend mal wieder so ein versteckter Elite Havra. Würde mal sagen. Den gönnen wir sich jetzt einmal. Zeig dir her Havra, zeig her. Ist doch Pisten. Ist eigentlich nur Totenschädel. Das ist glaub ich kein gutes Zeichen. Ahaha. Hat schön einen in die Fresse gekriegt. Weißt du bist mich angreifen. Perfektet. Auuuu. Okay, okay, okay. Einmal. Ich hab gerade einige Farben, oder? So wie es sich so wichtig geht. Der hat sich einfach teilt oder wie? Aha. Wir tun aber auch gar nichts. Der hängt. Ich glaub der hängt. Ich bin normalerweise, woher der vorbei ist. Und normalerweise ist das so ein Motherfucker, oder? Das ist kein Motherfucker. Ich hab gedacht, der hängt. Ich hab' den hängt. Normalerweise ist das so ein Motherfucker, oder? Das ist kein Motherfucker. Das ist jetzt eigentlich nicht. Das sind die anderen, die kleinen da Stärken. Das sind die anderen Stärken, Alter. Das ist jetzt ein bisschen bemerkenswert. Jetzt zeig dir ein bisschen was, was er kann. Na schau, na schau. Jetzt, wo es jetzt zu spät ist. Jetzt, wo es zu spät ist, zeig dir was er kann, Alter. Der hat mich fix... Der hat mich fix mehr gemacht, 100%. Okay. Lass ich jetzt mal noch so stehen? Definitiv. Aber sicher ein gutes Ding. Aber dennoch. Der hat mich fix mehr gemacht. Der hat mich fix mehr gemacht. Nur extrem schade, dass er gar nichts gemacht hat. Das ist halt einfach das Problem. Der, was ich wenigstens gemacht hätte. Oder... Ouuu... Ouuu... Das wäre einfach weitergegangen. Aha. Das ist interessant, das ist da unten. Aber mit Bedacht. Eine Schatztruhe wie diese zieht alle möglichen Leute an. Wohlmeinende und weniger Wohlmeinende. Mein Du... Mein Du... Ha, wäähla. Mein Du... Mein Du... Mein Du...